Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Hier ist der Christoph und heute geht es mal um die schnelle Korrektur von Hautfarben. Und zwar in Lightroom und aber auch in Photoshop. Da wechseln wir gleich noch rüber. Ja, ich habe unter einem meiner letzten Videos die Frage mal gestellt, was euch so interessiert. Und hier kam eben ein interessantes Thema, wäre Hauttöne bearbeiten, Rottöne entfernen und so weiter. Wenn du auch deine Stimme abgeben willst, dann pack es einfach unter das jetzige Video. Ich schaue natürlich immer unter allen Videos nach. Also wenn du mal irgendwie eine Frage hast, baller es einfach rein. Ich ziehe mir da, wie du siehst, durchaus immer wieder was raus. Also Hauttöne, ja, das ist ein ganz schwieriges Thema, weil die Haut ist eigentlich immer unterschiedlich und in der Haut sind halt auch ganz verschiedene Pigmente drin. Da ist viel Rot drin, da ist Gelb drin, Orange. Also es sind da durchaus verschiedene Töne enthalten, weswegen auch die Korrektur hier über HSL Graustufen gar nicht immer so einfach ist. Ein Trick ist natürlich, dass ich hierher gehe und sage zum Beispiel bei der Sättigung oder beim Farbton, ich klicke hier vorne drauf, gehe dann einfach auf den Hautton und ziehe nach oben oder unten und kann den somit schon mal ein bisschen verändern. Du siehst auch, es verändern sich direkt zwei Regler und somit kannst du das eigentlich schon ganz gut korrigieren. Funktioniert oft ganz gut, allerdings nicht immer. Welcher Regler, der eigentlich immer funktioniert und den haben bis jetzt wahrscheinlich die wenigsten benutzt, ist der in der Kalibrierung. Mach die Kalibrierung mal auf, hier gibt es den Regler Primärwerte Rot. Und der Primärwerte Rot-Farbton, der greift eigentlich immer die Hauttöne an. Perfekt, ja, also wirklich komplett alles möglich von sehr gelb, ja, eher in die asiatische Richtung bis hier mitteleuropäisch. Da ist alles dabei. Also, ich würde sagen, ich brauche hier, also es ist ein bisschen zu magendalastig hier im Gesicht, einfach ein bisschen mehr nach rechts, ja, ein bisschen mehr in die gelb-orange Richtung. Du kannst das Ganze hier auch noch in der Sättigung verstärken, ja, jetzt sind wir eher so gut gebräunt, gerade aus dem Urlaub kommend. Oder halt eher blass, gerade aus dem Keller kommend, also das Ganze alles einstellen. Aber Sättigung, Farbton hier bei Primärwerte Rot, der lohnt sich auf jeden Fall mal auszutesten, gerade wenn es um die Hauttöne geht. Da kannst du ganz, ganz schnell wirklich korrigieren. Nicht nur hier bei uns zwei, bei der Denise und bei mir, sondern auch hier zum Beispiel, ne, da siehst du, da ist, wir haben uns da angestrengt, sind in den Berg hochgerannt, um dann hier den Drohnenflug über L.A. zu starten. Und ja, natürlich haben wir hier noch überall Rötungen im Gesicht, auch das lässt sich hiermit natürlich ganz schnell, schau, bis in Richtung Gelb. Das ist natürlich zu viel, aber ich kann hier ein bisschen von dem Rot, von dem Magenta rausnehmen, ein bisschen Sättigung rausziehen. Und schon jetzt habe ich, wenn ich das mal vorher und nachher einblende, ein wesentlich besseres Ergebnis. Es schaut wesentlich gesünder aus und halt auch einfach besser. Wenn ich jetzt das Ganze nicht mit Lightroom, sondern mit Photoshop regeln will, das zeige ich dir auch noch. Bearbeiten in Photoshop. So, und hier hast du jetzt natürlich Unmengen an Tools. Eines der Tools, mit denen das wirklich am schnellsten, am einfachsten und am besten eigentlich geht, ist dieses hier. Ich fange an mit dem Lasso und wähle mir einmal den Bereich hier grob aus, wo ich sage, hier habe ich das Problem. Und ich nehme jetzt einfach mal hier mich, das Ohr nehme ich auch noch mit, bis daher. Ich möchte keine harte Kante, deswegen gehe ich erstmal hier auf Auswählen und Maskieren und sage, ich möchte die Kante so ein bisschen weicher machen. Feiner Übergang von vielleicht, ja was nehmen wir, 10, 18 Pixel, sowas. Okay, jetzt habe ich eine weiche Auswahlkante, das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Und jetzt behelfe ich mich hier oben mit meinen Korrekturen. Falls du die hier nicht hast, Fenster, Korrekturen, dann werden die hier eingeblendet. Und da hilft eigentlich immer die selektive Farbkorrektur. Die findest du in der untersten Zeile, das zweite von rechts. Da klickst du drauf und dann, ja jetzt bin ich schon direkt hier in den Rottönen, du kannst nämlich deinen Farbkanal wählen. Es ist nicht immer der Rotton, nochmal ist es auch Magenta, da musst du ein bisschen rumspielen. Aber jetzt kannst du bei den Rottönen hier die Farbwerte für Cyan, Magenta, Gelb und sogar noch für Schwarz, also C, M, Y und K, nochmal nachjustieren. Und bei mir ist es so, ich brauche hier auf jeden Fall ein bisschen mehr Cyan drinnen und du siehst schon, das verändert gleich extrem was. Also ein bisschen mehr Cyan, vielleicht ein bisschen mehr Helligkeit und schau mal, schon kannst du dieses Rot, dieses Magenta-lastige ganz stark rausnehmen. Auch bei Gelb, wenn wir da ein bisschen dazu, dann wird es gleich ein bisschen, ja mehr Orange, ein bisschen gesünder sieht es aus. Ich würde es mal so ungefähr lassen, zeig dir mal das vorher nachher, was allein diese zwei Regler jetzt ausgemacht haben. Das ist schon enorm. Und ich finde, mit diesen zwei Reglern, ja da kommst du schon richtig weit. Das Gute ist, wenn du jetzt sagst, ah, jetzt habe ich was vergessen, hier oben die Stirn zum Beispiel. Na ja, du kannst es ja jederzeit entweder hier noch mal drauf pinseln mit einem weißen Pinsel. So. Oder wenn du sagst, ah, das wird jetzt ein bisschen zu blass, dann natürlich eine neue Korrektur erstellen. Und dann wirklich lieber, und das würde ich auch empfehlen, für jede Partie, die du hier korrigierst, eine eigene Korrekturebene. Die kosten nichts, die kosten keinen Speicher, kosten kein Geld. Einfach ein paar davon machen und dann wirklich auch hier für die Hände vielleicht, dass die nicht so magendastichig sind, auch noch mal eine neue Korrektur anlegen. Und dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Also das sind wirklich jetzt mal zwei schnelle Wege. Einmal in Photoshop, einmal in Lightroom, um hier ganz flugs die Hauttöne zu korrigieren. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Lass doch einen Kommentar da, wenn du sagst, ach, mich würde das noch interessieren, mich würde das noch interessieren. Oder vielleicht hast du einen ganz anderen Weg, um die Haut schnell und einfach zu korrigieren. Dann pack auch den bitte in die Kommentare. Daumen nach oben auch nicht vergessen, Kanal abonnieren. Und dann würde ich mich einfach nur freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Und wünsche dir jetzt viel Spaß beim Bilder bearbeiten. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.